Musik Ich bin Claudia Bär und unterrichte das geniale Instrument Waldhorn. Das Waldhorn zählt zu den ältesten und zugleich zu den längsten Blechblasinstrumenten. Ausgerollt wäre es fast vier Meter lang. Aufgrund seines besonderen Klanges ist das Waldhorn vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Filmmusik. Immer wenn es dramatisch, heroisch oder romantisch wird, spielt das Waldhorn eine tragende Rolle. Zu hören ist das Waldhorn auch in der Blasmusik, im Sinfonieorchester, in der Big Band, aber auch in kleineren Ensembles, wie zum Beispiel Holzbläser oder Blechbläserquintett. Es eignet sich aber auch hervorragend als Soloinstrument. Und das klingt so. Musik 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 Musik